Das ist natürlich für uns alle nochmal ein gutes, erfolgreiches Jahr 2010. Ich denke, es ist schön zu Beginn des neuen Jahres gleich mit einer solchen Ausstellung anzufangen. Mir ist es vorhin erst bewusst geworden, als ich nochmal reingeguckt habe, um was es sich eigentlich handelt, zehn Jahre Kugelstoß Indoor, also es ist unglaublich, dass die Sache so lange und auch einen solchen doch stetigen Anstieg genommen hat. Da sind viele.